Willkommen Pilger, mein Name ist Yakamata. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden und um Himmels Willen das... Gewaltige Kraft. Ja, das sieht auch tatsächlich ein bisschen so aus, als wenn ich hier was zu tun hätte. In dem Fall ist nur die Frage, was habe ich hier zu tun? Ich werde das hier wohl aufschlagen müssen, das heißt, dass ich mit dem Magnetmodul... Äh, Quatsch, nicht dem Magnetmodul. Mit dem Stasismodul... Das Ding da anhalte? Hup, 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 hup! 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 Hohohohoh! Es sah jetzt bei weitem nicht so beeindruckend aus, wie ich vermutet habe, aber so insgesamt hat es funktioniert. Und dann kann ich hier einfach mal so ein Ding anhalten, dann habe ich auch alle Ruhe, um hier rüber zu laufen. Danke. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Das allerdings ist vielleicht ein Problem. Da sind auch noch gleich zwei von denen. Kann ich wahrscheinlich nicht anhalten, oder? Ich habe eine ziemlich gute Idee. Ich weiß nur nicht, ob ich dazu komme, sie auszuführen. Ich würde gerne das Ding da abschießen. Einfach nur ganz gewöhnlich das Teil da abschießen. Die Frage ist, ob ich in irgendeiner Weise dazu komme, bevor die natürlich anfangen, hierher zu laufen. So, einen habe ich erwischt. Mit einem hat das funktioniert. Der andere allerdings weigert sich. Autsch. Hat aber auch funktioniert. Puh. Und hier finden wir noch ein Muschinen-Großschwert. Und ich habe schon keinen Platz mehr in meiner Tasche. Das ist ja der Wahnsinn. Ich finde so viele gute Waffen in letzter Zeit. Aber das Ding ist auch, ich will meine besonderen Waffen dann teilweise nicht verbrauchen. Was ist denn mit dem Schwert hier eigentlich los? Das habe ich gerade irgendwie verpasst. Angriffskraft... Angriffskraft... Angriffskraft plus drei. Supi. Also ernsthaft. Supi. Hier den Soldatenzweihänder, das wird das nächste, was wegkommt. Da ich hier noch ein Wächterschwert habe, kommt das sogar direkt weg. Das ist nämlich ein netter, kleiner Einhänder. Mit dem kann ich deutlich besser umgehen als mit dem Zeug hier. Es ist schade, dass ich nicht beide erwischt habe mit dem Stein. Das wäre natürlich deutlich einfacher gewesen. So, aber ist das durchaus okay. Hier habe ich ein Ritterschwert. Für das ist kein Platz. Das Ding ist, so traurig das auch ist, und so gerne ich das Wächterschwert auch benutze, ähm... Das Ritterschwert ist halt... traurig, aber war... einfach stärker. So, das war's allerdings offensichtlich noch nicht... in diesem Tempel, weil... wie wir sehen, ist da... noch ein Gegner. Das heißt, ich werfe das Ritterschwert einfach mal da hinten hin... und nehme das Wächterschwert hier noch mit. Vielleicht verbrauche ich das hier noch. Hier laufen auch wieder zwei rum. Das ist denen alles ziemlich egal, fürchte ich. Äh, ich könnte ein Elektropfeil benutzen. Das... funktioniert mit Sicherheit. Da das allerdings... bei weitem effektiver ist, als ich mir das wünschen würde. Ähm... ja... auf geht's, auf geht's. Ich mein, die haben offiziell... äh, offiziell... offiziell... die haben offensichtlich... äh... kein großes... Interesse daran, mich in irgendeiner Weise... tatsächlich zu finden hier. Von daher... nehm ich einfach mal... die Wächterlanze hier an mich. Die ist nämlich tatsächlich auch neu. Ich hatte bisher ja nur die Wächterlanze plus. wobei ich gerade sehe, dass die hier... echt nicht allzu stark ist. Von daher... hab ich die wahrscheinlich... auch nicht allzu lange. Mein Ritterschwert liegt ja hier noch rum. Das darf ich nur nicht vergessen. Ähm... und dann... Alter Falter, hier geht's aber echt... rund. Ui, das ging schneller als mir lieb war. Wie zum Geier habe ich das gerade wieder... Ist da irgendwas drunter? Ne, ne? Definitiv nicht. Ich hab keine Ahnung, wie das gerade funktioniert hat. Ich war... schnell. Ich war schnell und hatte Glück. Das ist ein Ding. Wahrscheinlich benutze ich hier... den Hammer gleich, um das hier... irgendwie zu klopfen. Und das wird mit Sicherheit... sehr, sehr amüsant. Antike Reaktorkern. Nett. Das freut mich tatsächlich. Ich kann den Hammer hier bewegen. Allerdings bringt mir das... so eben nicht allzu viel. Ähm... was ich allerdings tun kann, was sehr lustig wird. Wobei das hier garantiert... doch funktioniert. Allerdings... leider nicht ausschließlich. Das macht aber Spaß so. Deswegen machen wir das doch einfach noch mal. Ha ha ha! Ach ja, das... war lustig. So, und nun? Laufe ich hier im Kreis, oder wie? Oder was? Ha? Moment. Wo bin ich denn hier? Warum bin ich hier? Ja. Wie groß ist denn dieser... Hier bewegt sich noch irgendwas. Ich höre es. Wie groß ist denn dieser Dungeon? Das gibt's doch nicht. Ich bin hier. So, das habe ich vorhin gesehen. Weil ich da ein bisschen Angst habe. Ah, okay. Wie komme ich da rein? Das bombe ich einfach weg. Oder ist das noch irgendwie was Besonderes? Nee, das kann ich tatsächlich einfach wegbomben. Das ist interessant. Und ich habe schon wieder vergessen, Bilder zu machen. Das gibt es doch nicht. Halt in dem Fall von den kleinen Wächterdingern. Und hier finden wir einen silbernen Rubin. 1000 Rubine wert. Das ist viel wert. Ähm, Quatsch. Ich bin verwirrt. Bam! Das nenne ich Speed. So gefällt mir das. Ich nehme meinen Ritterschwert mal noch mit. Und stelle fest, dass es das hier immer noch nicht war. Echt jetzt? Ich meine... Das erklärt allerdings nicht, wie ich da reinkommen soll. Ich sage, ich falle da rein. Einmal ein Festhalten. Auf geht's! Und ich bin wieder stolzer Besitzer eines Diamanten. So gefällt mir das. Ernsthaft? So gefällt mir das. Nicht den Kopf stoßen. Wuhu! Wir, meine Freunde der Nacht, haben die Prüfung bestanden. Das war durchaus mal ein Labyrinth. Aber auch ein sehr interessantes Labyrinth. Von daher... Gib mir dein Zeichen. Und ich werde weichen. Gut. Damit haben wir den Tempel hinter uns. Das hilft mir allerdings immer noch nicht dabei, zum Turm zu kommen. Es sei denn, der Wächter hat rolliert nun woanders. Ich kann mal gucken, ob ich ihn von hier oben vielleicht irgendwo sehe. Tatsächlich nehme ich erstmal nicht... Was allerdings nicht heißt, dass er mich nicht sieht. Da ist er doch schon. Krabbelt fix immer noch an dem Turm rum. Was mich echt nicht freut. Läufer? Da gibt es verschiedene von? Gott, der kommt nicht hierher, oder? No! Das war falsch. Ich wollte rauszoomen. Nicht den... Typen rufen. Gott, wie soll ich denn da an den Turm kommen? Ich habe einen Tempel ausfindig gemacht. Was mich an sich freut. Je mehr Tempel, desto mehr Herzen... Schrägstrich Ausdauer habe ich. Und... Du bist... Neu? Fragezeichen? Naja, du bist ein blauer Mob-Lind. Ich habe dich tendenziell schon mal gesehen. Habe ich dich schon mal... Also ich habe dich schon mal gesehen. Aber... Naja. Ich muss mich aber trotzdem nicht unbedingt mit dir befassen im Moment. Laufen gleich mehrere rum. Ich meinte, das ist her, blauer Mob-Linde. Ich frage mich, wieso. Habt Spaß. Die Waffe ist interessant. Was ist das denn für eine Waffe? Mob-Lind, kann ich deine Waffe mal näher betrachten? Mich interessiert nur die Waffe. Aber... Das... Interessiert ihm wohl nicht. Ähm... Ja, in dem Fall... Rollt gerade so schön. Weil er halt so wirklich... Gar keine Ahnung hat, wo ich bin. Und die Bombe... In die perfekte Position rollt... Kann ich auch einfach mal einen blauen Mob-Lind fertig machen, oder? Mit genug Geduld, alles kein Problem. Hey, du leibst wohl... So, sehr gut. Um den anderen da hinten kümmere ich mich erstmal nicht. Erstmal... Fotografiere ich mir hier eine starke Mob-Lanze. Ist zwar nicht unbedingt ein schönes Foto, aber da habe ich auf jeden Fall schon mal eins. Falls ich gleich... Mit dem da hinten flüchten muss. So, außerdem interessiert mich ja doch mal... Neun. Eine Mob-Lanze, die das Horn eines Tieres als Spitze verwendet. Primitiv gefertigt, doch nichtsdestoweniger gefährlich. Das ist ein Quatsch. Brauche ich nicht. Neun. Was bist du? Eine Stachel-Mob-Keule. Na, immerhin. Das kann sich doch sehen lassen. Hoffentlich ist es auch entsprechend stark. 27, tatsächlich, ja. Eine verbesserte Version der Mob-Keule. Cool. Das heißt, was lasse ich liegen? Tatsächlich... Ich könnte so viel liegen lassen. Tatsächlich das Wächterschwert, so leid es mir tut. Ich habe getroffen. Ist ja geil. Jungs, ich kann das den ganzen Tag machen. Mir gehen die Bomben nicht aus. So, für mich hat sich das hier auf jeden Fall gelohnt. Dann gucke ich mal, ob ich den letzten auch noch erwische. Ich finde es schön, dass ich hier so gemütlich, in Anführungszeichen, ähm, gemütlich die Gegend entdecke. Ja, dauert ein bisschen, aber würde auf jeden Fall treffen. Ja. Nein, Gegenwind. Das ist ja jetzt uncool. So, das Schwein hat schon mal die Flucht ergriffen. Schlaus Schwein. Dieser Wind. Ich habe so leichten Gegenwind. Der hält meine Bombe jetzt auf. Das ist natürlich unpraktisch. Zum Glück sind die Gegner hier aber sehr interessiert. an meinen Bomben. Huh. Hi. 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 Was ist denn hier? Was beschützen die denn hier? Das ist ja der Wahnsinn. Wo? Die schützen irgendein Schwert auf jeden Fall. Das ist interessant. Guck ich doch mal. Ich hab ein bisschen Angst, dass ich hier gleich... Feuer lege. So. Was geil ist, wenn ich vorsichtig bin, scheint das... Ich bin mir nicht sicher, wann dieser Meteor-Stab tatsächlich kaputt geht. Noch hält er auf jeden Fall. Ja, Tausendbaum. Im Sinne von... Feuer-Kroßschwert. Halleluja. In der alten Zeit hat ein Gronenschmied diese mächtige Waffe im Feuer des Todesberges gestählt. Schwinge es, wenn die Klinge rot leuchtet, damit es Feuer spalt. Wow. Das ist natürlich mächtig. Feuer-Kroßschwert. Halleluja. Was lasse ich denn dafür da? Das ist ein Großschwert. Ich bin nicht so der Fan von... großen Schwertern. Deswegen lasse ich einfach mal das... Sanchi ein Langschwert da. Oder die Stachel-Mob-Keule? Nein, die Stachel-Mob-Keule ist ja auch einfach nur... Da unten ist ein Krog. Na, super. Das überlebe ich doch im Leben nicht. Wenn ich da runterspringe, bin ich tot. Es sei denn. Es sei denn. Ich kriege das irgendwie auf die Reihe. Ich treffe ihn nicht. Nichts. Verdammt. Nein! Hey Gott. Na, das war erfolgreich, 해? Oh! Oh! So, immerhin kann ich jetzt in Ruhe nochmal hier hochklettern. Aber ich kann da unten stehen. Das ist gut zu wissen. Dann hab ich zumindest noch ne Chance. Wenn ich hier fertig bin, muss ich wahrscheinlich versuchen... ... die ganzen... ... Items da mal einzusammeln, weil ich hab hier sehr viel... ... sehr viel Sachen liegen lassen, die ich eigentlich gerne mitnehmen würde. Hey, du hast mich entdeckt. Sehr schön. Hoffentlich bezahle ich's nicht mit dem Leben. Ein Exalfoss-Schwanz. Oh, okay. Cool. Er ist so schnell... ...org. Ich bin erstmal froh, dass es mich nicht getötet hat. Das ist so schwer hier zu kämpfen. Das ist so schwer hier zu kämpfen. ... 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 So, ich glaube, ich belasse es damit einfach. Was soll's. Exalfosses, ihr habt Glück, dass ich keine Lust habe, hier ewig zu kämpfen, nur für so ein paar Materialien. So, ich muss da zu dem Turm. Vielleicht gar keine so schlechte Idee, hier tatsächlich einfach mal runter zu jumpen.